so hier sieht man jetzt am 26 11 wurde meine fahrerkarte das letzte mal entnommen bis 26 11 da muss jetzt das jetzige datum und uhrzeit hin drückt man ein pfeil nach oben flitzt die zeit hoch 49 44 10 uhr 50 macht er immer größere sprünge 14 uhr 16 uhr er springt das datum auch weiter okay wir haben jetzt den 30 11 und englische zeit 6 uhr 53 weiter geht es nicht mehr so lange muss man immer drücken um den nachtag zu machen dann gehe ich jetzt auf ok nachtragen wollen wir das bett das ist zum block vorgelegt ok eingabe bestätigen ja jetzt haben wir den nachtrag gemacht das heißt von der letzten entnahme das war 26